Herzlich Willkommen im Auto Center Sondershausen, Ihrem Spezialisten für Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge in Thüringen. Denn wenn es ums Auto geht, sind wir Ihr Ansprechpartner. Audi, Subaru, VW, Kia, Opel, Isuzu, BMW oder Mercedes. Unser Autohaus führt nur hochwertige Fahrzeuge von Top-Marken in gewohnter Qualität. Ob sportlich oder komfortabel, in unserem großen Showroom sowie auf dem weitläufigen Außengelände finden Sie das Auto, das zu Ihnen passt. Ganz nach unserem Motto sind unsere kompetenten Mitarbeiter für Sie da. Neben der fachkundigen Beratung zum Fahrzeugkauf und Verkauf bietet Ihnen das Auto Center Sondershausen als anerkannter Dekra-Stützpunkt von der Fahrzeugpflege bis zur Reparatur den Rundum-Service. Mit Erfahrung, dem entsprechenden Know-how und modernster Technik überzeugt das Team unserer Werkstatt. Auto Center Sondershausen – wir freuen uns auf Ihren Besuch. Auto Center Sondershausen – wir freuen uns auf Ihren Besuch.